So, da sind wir wieder. In der Tat! Spannung! Ja, in der Slashung. Gut Abteil eigentlich grad. Guter Teil. Ja, Mann. Ähm... Muss man jetzt machen? Joa, ein bisschen nach hinten gehen und dort dann irgendwas einschalten. Mit Licht. Wird's wahrscheinlich in den Raum da, oder? Haha, nein! Nee. Nein. Hinter dir. Da! Ja, gut, dass es immer leuchtet. Wo sind wir denn? Na toll, hätten wir da bleiben können. Boah, fuck! Hast du gesehen, wie schnell das war, ey? Leck mir mal was! Sicherheitskapazität muss gesenkt werden. Muss man eigentlich immer alles so günstig in die Länge ziehen. Ohne Witz. Das geht nicht! Das ist eigentlich, wenn du drei von drei erwischt hast. Dann geht's nicht mehr. Gar nicht mehr. Weiß ich nicht mehr genau. Eine Stunde warten, oder wie beim iPhone. Haha, nein. Nee, jetzt muss halt wieder zurück. Gibt's irgendwo ein anderes neues Ziel? Wo du hin musst? Ja, das ist da drin. Drück mal die Ja-Taste. Ich muss da irgendwie... Hoffentlich haben wir jetzt bald noch ne Taschenlockenbatterie oder noch eine haben. Ja. Da kommen wir ja her. Nee, vom anderen kommen wir. Ja, da musst du da rein. Oder? Ja, da komm ich nicht rein. Ja, aber da... Ja, gut. Nee, nee, ich mein durch den Schacht. Aber das macht keinen Sinn. Dann muss ich wahrscheinlich da drüben nochmal. Nee, das macht doch gar keinen Sinn. Ja, aber ich komm da nicht rein. Pass auf. Wir müssen da jetzt in einer Gart reingegangen. Aber stimmt. So. Und hier? Komm ich nicht rein. Stimmt. Ja, ja, klar. Das ist klar. Da musst du... Da gießt du dann rein. Ja, aber warum... Hm, hm. Da war auch nix. Ja, da musst du vielleicht doch nochmal in den anderen Raum. Ja. Dann... Mach. Toll. Oder warte mal was. Da ist aber ein Ausrufezeichen. Ja, da war aber zu wenig Energie. Nein, nein, das war hier. Das da meine ich. Ach so. Vielleicht muss ich da hin. Ach, ist da vielleicht die Verbesserung für den? Nee, wobei... Nee, das hat ja nix mit Verbesserungen zu tun. Ich schau jetzt mal, ob ich da hinten durchkomme. Mhm. Das ist das Ding. Oh! Schalter! Schalter! Vielleicht bringt das was. Und nö! Hm. Schau mal nach. Nicht so wirklich. Das ist ein Schalter. Was macht der? Er schaltet Sachen. Das geht's gar nicht mehr. Toll gemacht. Da oben war's. Doch, oben. Oben war's. Hä? Ich hab gar nix gehört. Ah. Nee, immer noch nicht. Nee. Crank. Vielleicht ist auf der anderen Seite auch ein Schalter. Hm. Ach, da ist er ja. Macht denn das? Weiß ich nicht. Schau mal. Jetzt geh ich mal in den Raum da rein, oder? Nee, ja. Hm. Weiß nicht. Was soll ich denn sonst machen? In den anderen Raum gehen? Kann ich auch mal. Warte mal. Wo ist's denn? Ah nee, da kann ich nicht reinkommen. Los geht in den anderen Raum. Ja. Oh man. Vielleicht musst du einfach bloß alle, äh, aktivieren. Was schon. Ist da einer drin? Uh. Vielleicht kannst du da was machen. Das kann sein. Na, das hab ich auch schon überlegt. Ah, jetzt geht's. Da. Kommt nix mehr. Doch da ist ein A-F-J-E. Nein. Hahaha. Ach so, ich kann auch runter. Ach so. Ich hab' ganz vergessen. Ja, das ist A-F-J-E. Doch, 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 doch. Yes! Schaust mal an die andere Seite. Da war nämlich auch eins drin. Oder sind wir dort? Drück mal Tapp. Ja, nein. Dann gehen wir noch an die andere Seite. Meinst du? Soll ich's noch probieren? Nee. Spaß dir. Der andere ist ja auch noch da. Aber wofür das benutzen war wahrscheinlich, dass dann die Energie da ist. Ja, wahrscheinlich. Ich klettere halt ein, du. Das ist auch schon rot, oder? Ne, auf der anderen Seite. Was? Stimmt. Ha, ha! Okay, das verstehe ich nichts. Achso. Warte mal. Ne. Hä? Achso, und stand... 9040. Und stand 9040, oder? Ja. Achso. Warte, du musst jetzt mal draufkommen, ey. So, scheiße. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt geht's. Nehmen wir mal speichern, ne? Oh, das kannst du doch sparen. Warte, das ist eigentlich die Apollo-Schaltzentrale? Ja, ja. Aber eigentlich war... demnach war es doch wurscht, ob man links oder rechts die ganzen Sachen aktiviert hat. Irgendwie schon, glaube ich. Ja, jetzt ist es nicht mehr oben, oder was? Mh, mh. Ein guter Anfang. Ah. Ja, schön, jetzt schön Zeit lassen. Den noch, und dann den, und... Und dann klick falsch, scheiße. Hm, ist das der... Wir haben noch fünf Sekunden, schnell. Naja. Administrator-Rechte gewährt. Boah, wenn es auch kommt. Tut das so einfach wäre zu hacken, ey. Leck mal am Arsch. Und dabei bringt es dir nicht viel, weil die Systemrechte bei Windows-Über sind. Stimmt. Aber du kannst ja fast alles mit den Administrator-Rechten. Ja, fast. Das gilt ja, wenn du damit einen neuen Benutzer anlegen könntest, mit den Systemrechten. Oh, mh. Ja, gut, treibt halt noch mehr. Mach's halt noch dramatischer. Fetter. Ja. Zau, die Scheiße, platt. Schon geil, in Alien war das ja der fortschrittliche Computer in ein paar hundert Jahren. Mhm. Süß, gern. Ja. Voll rückständig. Ich meine, wir spielen jetzt auf so einem Ding, was leistungsfähiger ist, als das da... In der Zukunft, das ist das Ding, naja, ist schon irgendwie lustig. Das ist hundert Jahre Zukunft. Oder Android. Kein, kein gescheites System. Zwei Tage, nachdem wir los sind? Das kann nicht wahr sein. Aha. Es ist nicht auf der verdammten Station. Was? Scheiße. Ach ja, was auch sonst. Was denn? Ja, man muss natürlich wieder was machen, bevor man weiter kann. Was soll der jetzt machen? Untersuchen Sie den zentralen Reaktor. Wo ist denn der? Aha ja, von unterhalb des Kerns. Wie ging denn das? Warte mal, da war doch was. Ja, von der anderen Seite, oder? Da ist die Lade hochgekommen. Was? Ah. Sieh, jetzt ist der Mensch. Wir waren nur Yutani, der Bauer von Diebzeige, oder? Ich glaube schon, ja. Jetzt wieder hochklästern. Hm, nochmal runter. Äh. Ich schaue, wie so ein Riesenbaby, was so unbeholfen, mit dem Leiter runtersteigt. Mhm. Aber sie nimmt zwei Stufen auf einmal, hey, du. Oh, so. Ne? Sportlich, sportlich. Angeber. In der Tat. Da ist ein Computer. Und ein Lyft. Ach was. Das ist ein Computer da, hey, das ist ein Riesenteil. Mhm. Da musst du blättern. Wir wollen es ja schließlich durchlesen lassen. Lassen. Kaufauftrag gehalten. Ach, da ist der Sonderauftrag 939. Gefahren Eindrucksalarm. Welchen Organismus eigentlich schützen? Die vom Alien oder unseren? Das Alien. Echt? Ja. Warum? Ja, das übliche Spiel, die wollen das irgendwie nutzbar machen. Ja, toll. Neue Einwohner eingetragen. Ha! Haben die uns gleich eingetragen, die Wichser. Ersetzbar. Die Wichser. Wer ist ersetzbar? Wir. Alle. Mhm. Schau mal. Mögliche Gefahr für Organismus im Gefahrenlabor von Projekt KG 348. Kilogramm. Das heißt, das können wir vielleicht... Ja. Das können wir vielleicht irgendwie verwenden. Ja, ja. Ja gut, sieh mir mal. Sieh mir mal. Erstmal alles kaputt machen. Jo. Erstmal abhauen. Jetzt mach halt... Erstmal drücken. Zum Reaktorkern. So. Kernschmelze. Wuff. Das wird jetzt lustig. Wieso? Keine Ahnung. So. Hab ich gehört. Ach so. Ich bin hier, RIP. Was gibt's zu berichten? Ja, wir sind weiter draussen. RIP. Spare. RIP. Nee, race in peace. Angeblich stimmt was mit dem Reaktor nicht. Sie gehören zur Firma. Sagen Sie ihm, das juckt sie nicht und er soll tun, was Sie sagen. Tut mir leid, Ricardo, aber ich bin nur ein kleiner Fisch. Ich bin nur als Taylor. Wir alle. Wenn wir was wert wären, würde Apollo uns wahrscheinlich nicht so ohne weiteres sterben lassen. Mhm. Ja, also, lass mal F gedrückt zum Nachladen. Ich möchte mal schauen, ob wir noch mehr Taschenlampenbatterien haben. Ja. Wir haben doch mehr mitrafen. Ja, das ist gut. Ähm. Warte mal, ich wollte mal ein bisschen heilen, ne? Brauchst du das? Ja. Wir haben ja eh sechs gehabt. Eben. Sechs, sechs, sechs. Jetzt bau gleich mal was ein. Bau gleich mal was ein. Was denn? In den neuen Medikit. Anscheinend kann man es doch mehr haben. Bäh. Ehrmals drücken bringt auch nichts. Echt jetzt? Krass. Muss man eh nicht alles lernen. Siehst du, da sagt mal, einer vom Computerspiel lernt man nix. Äh, nicht lustig. Hier sind laufen welche rum, oder? Schau mal nach. Ja. Zwei. Bin da drin, ja. Da sollen die auch bleiben. Finde ich auch. Ah. Wann ist dem? Man weiß zwar nicht genau, was man macht, aber erst mal machen. Schon irgendwie durch, läuft durch die Stationen, du machst einfach irgendwelche Sachen an und aus. Weil es ist da, weil man da interagieren kann. Der Tropfel Wasser runter. Das Alien. Ja, nein. Nochmal Alien. Da hat jemand einen Pfennig verloren. Du hast es nicht gehört. Naja. Da hat's irgendwie gepiepst. Da kannst du nicht drücken. Da aktivieren. Ja, da ist er ja. Da sind aber, glaube ich, die Bremsen festgerostet. Ja, das Gefühl. Wenn da so eine Dressine da rauskommt, bitte selber fahren. Ja. Äh, i, äh, i, äh, i. Warum eigentlich? Ah ja. Deswegen. Ah ja. Speichern. Yay. Jetzt kommen wir mal ziemlich viele Speicherpunkte. Das ist ja frech. Boah, so eine Frechheit. Mhm. Jetzt geht das wieder zu. Das kann dauern. Lauf hin. Ist denn hier, Androiden? Verlassen Sie diesen Bereich. Zugang zum Maschinenraum beschränkt. Noch nicht. Ja, beschränkt, aber wir dürfen trotzdem hierbleiben. Ist gerade beschränkt. Ja, pff. Oh, oh. Das ist wieder ein Androiden. Wohin muss nur eigentlich? Da. Das ist nur ein kleines Stückchen. Toll. Vor allem, weil du nicht weißt, wo es genau lang geht. Hier läuft aber einer entlang, gell? Hä? Da hinten, äh. Links, würde ich sagen. Da. Hinein, hinein! Ich hab's halt immer entdeckt. Diese Musik, guck mal, ey. Ja. Voll der Scheiß. Ich wusste erst schon, aber auch hier ist. Jetzt geht er da raus, oder? Er geht dahinter, ja. Kannst du da rein? Geil verarscht. Geh rein. Dass man die Tür nicht auch von außen verriegeln kann, so bumm. Da blöd, ne? Oh, oh. Ja, da war die Neuverkabelung, aber scheiß drauf. Weil Polen ist nur einmal im Jahr... Oh, le, oh, le. Was geht denn da rein? Ich würd mich verpissen. Ja, die Neuverkabelung. Ja, da ist die nächste Schacht. Schacht. Schacht, zum Glück ist es in einer, ey, ey. Ich muss mal enttäuschend. Wird auch ein Plan da sein. Oh, 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 oh. Nee, das leuchtet hier dann nicht auf. Freilich. Bindemittel. Bindemittel. Komplettent-Db wäre wichtiger gewesen. Schmeiß Leuchtfackel raus und tu gerne rein. Die letzte Leuchtfackel ist schon etwas älter. Die funktioniert nicht mehr. Machst du? Da bin ich schon so eingerotzt, oder was? Ja. Angstschweiß. Ist hier schon gar nicht mehr, oder? Da muss ich jetzt in den Maschinenbereich rein. Das poltert. Der benutzt auch den Gang. Scheiße, oder? Dann auch noch hinter dir den, äh... Android. Na, ganz toll. Das geht schon. Das muss man mit Zinn und Verstand durch die Gänge hechten. Man hätte die aber, glaube ich, auch ausschalten können, wenn du mich fragst. Ja, ja. Aber da kam man nicht hin. Weil da gerade war der Gras. Und die Verstecke selber machen überhaupt gar keinen Sinn. Ja! Na sowas aber auch. Komm her. Komm her! Du hast ja da keinen Anzug mehr angehört. Ja. Vielleicht hat er auch eine Komponente B dabei. Die Komponente B. Wie viel hält denn die aus? Wolltest du sagen. Och, D. Wie mit dem Family Guy, wie viel Bier er verträgt. Acht. Guck da vorne auf die Motorhaube. Da so, die Mutter mit dem Kind und alles. Sieben. Achso. Das ist einfach so geil. Eins zu viel, ja. Eins zu viel. Ja. Einfach so geil. Er ist so stolz, so. Acht. Oh, sieben. Ja, toll. Wofür bin ich da jetzt durchgelatscht? Keine Ahnung. Ah. Toll. Kann man auch nicht. Wo ist das Ding hier? Wo ist es? Es springt durch, ist ja wurscht. Ist ja kein Android mehr da, oder? Ich weiß es nicht. Es war ja nur einer. Hoffe ich. Und dann aber, wenn es so ist, schallt gleich bei der Neuverkabelung das Ding aus. Ja. Das nervt. Lauf durch. Komm. Bist du einer oder keiner? Nice. Geil, oder? Naja, so halb. Hey, da war was. Wichse. Wir nutzen. Also. Jetzt dürfte es noch schneller gehen, oder? Jetzt habe ich Ionen. Ja, kommt auf an. Okay, anstatt es ganz zurück zu gehen, lauf wieder zurück. Komm, lass es sein. Soll ich nicht ausschalten? Nein. Sonst muss noch weiter zurücklaufen. Alles Zeit. Da leuchtet was. Karten. Karte. Das ist auch neu. Das habe ich vorher nicht gesehen. Keine Ahnung. Weil wir schnell sein mussten. Vielleicht Flak da noch was wichtig ist. Jetzt kannst du gleich auf die Neuverkabelung greifen. Hm. Wenn wir auch lernen sein können. Jo. Rechts ist er, oder? Ja, da, rechts. Wenn ich das gewusst hätte. Aus. Und Luftreinigung ankommen. Hier stinkt es doch. Nee. Nein, nein. Wieso instabiles System an? So halt. Sieht man nicht auch, wo das instabiles System ist? Ja. Kann man sich das immer anschauen. Ja. Ich möchte mal wissen, was das ist. Ja, das ist auch... Achtung, oder? Ja, da. Schau mal da hin. Da draußen noch ein bisschen links. Sehen Sie nun das instabiles System? Hier müsste es irgendwo sein. Ein bisschen links. Da irgendwo. Witz! Achtung, es ist instabil. Vielleicht auf der anderen Seite. Auf der Innenseite. Hier vielleicht. Das Licht, oder? Jetzt Bums! Ich hab doch gesagt, das ist instabil. Explodiert. Nee, hier ist nichts mehr. Entschau' ich noch mal kurz. Ist halt hart und nötig. Nein. Jetzt komm, jetzt geh weiter. Du hast alles geändert. Sensor. Ja. Ich hab alles geändert. Alles muss anders sein, als es vorher war. Merst du dich sch... Merst du diese Android-Idee, die auf einmal auf dem Kopf steht? Ach, die ist nur auf einmal an! Geiler für dich gerannt. Easy. Ja, dafür sind jetzt die... Da sind immer die Platten größer. Hm. Das geht hart schnell. Aber um die Kurve ging jetzt nicht so schnell. Ja, ich hab dich nicht die ganze Zeit nach unten gedrückt. Nee, oh. Ja, wobei, so schnell ist das auch. Nee, aber der Anfang ging schnell. Bestimmt heiß. Nee, gar nicht. Jetzt musst du dich nicht beeilen, bevor es wieder festschmelt. Nee, aber auf einen drauf dann. Boah, das ist aber fett, ey. Wirklich dick. Dicker Hund. Ist da ein Android drin, oder? Weil sie lernen. Sie lernen auch zu krabbeln. Ja, müssen sie nur kurz die Beine abmontieren, dann kommst du durch. Oder umdrehen nach hinten. Auf halb acht. Halb auch dann durch. Was mach ich denn durch? Ich muss dahinter. Da ist noch mal schief. Jetzt ist noch voll mal da. Jetzt, nee, jetzt muss ich hier. Hier, 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 hier. Oh. Warum? Ach so, jetzt sei ja, weil du jetzt erst dahin kommst. Speichern! Da hinten ist da wieder einer. Alle Lokalen sind tätig zum Reaktor-Bereich. Fürmeninteressen, die jederzeit gewahrt werden. Hm. Was? Womit es gefällt? Weiß nicht, was? Ja, die gehen ja dahin, wo ich hin muss. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, wir sehen uns beim Ringspart wieder. Genau. Bis nächstes Mal. Adios. Tschüss! Tschüss! Tschüss!